Nachdem wir Anfang des Jahres noch große Proteste gegen Rechts und rechte Politik gesehen haben, beobachten wir in den letzten Tagen den nächsten Rechtsrutsch der Bundesregierung, getrieben durch eine realitätsverzerrende Medienberichterstattung. Mein Name ist Kimon, ich bin Sozialarbeiter und das hier ist mein Kommentar zu den Geschehnissen der letzten Wochen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen bei Lebensweltenwanderer. Vorab möchte ich eines klarstellen. Mir ist vollkommen bewusst, dass es die Medien nicht gibt. Und immer wenn ich hier von den Medien vermeintlich pauschalisierend rede, dann meine ich damit die größten Formate des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, wie die Tagesschau ZDF Heute oder Talkshows wie Malbert Illner oder Markus Lanz. Wenn ich im Folgenden von Exxonismus spreche, da meine ich damit jegliche Art von Exxonismus. Und nicht nur den aktuell in den Medien überrepräsentierten Exxonismus. Ich möchte mit diesem Videokommentar der Frage nachgehen, was die Bundes- und Landesregierungen wirklich gegen Exxonismus tun könnten. Denn die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung sind an Inkompetenz und rassistischen Vorurteilen kaum zu überbieten. Ein Waffenverbot, Leistungskürzungen und Abschiebungen in Krebsgebiete, bei denen man mit Diktatoren und einem Taliban-Regime verhandeln muss, verhindern keine extremistischen Straftaten, sondern füttern sie. Was also hilft im präventiven Sinne wirklich dagegen? Und hierbei möchte ich auf drei Punkte eingehen. Dieser Punkt mag euch vielleicht überraschen, weil das Thema Wohnen im ersten Moment nicht so viel mit Extremismus und mit Prävention zu tun hat. Doch das stimmt nicht. Denn wer in einer menschenunwürdigen Wohnsituation leben muss, Weil er oder sie seit Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft festhängt oder sich schlicht keine eigene, passende Wohnung leisten kann, der läuft Gefahr gleich auf mehreren Ebenen, gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Die Wohnsituation hat einen direkten Einfluss auf das psychische Wohlergehen und deine Adresse wiederum hat einen direkten Einfluss darauf, wie du auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen wirst. Der Erfolg von Integration, und hiermit meine ich nicht nur die Integration von Migrantinnen und Geflüchteten, sondern die Integration von allen. Denn jede Person, die in dieser Gesellschaft geboren wird oder hier ankommt, muss ja früher oder später in sie integriert werden. Und der Erfolg dieses Integrationsprozesses hängt eben auch damit zusammen, wie und wo du wohnst. Das Thema Wohnen kommt sowohl in der Politik als auch in der medialen Berichterstattung viel zu kurz. Das Versprechen der Ampel, 400 neue Wohnungen zu bauen, ist eine Farce. Und auch das Wohngeld ist ein Witz. Nicht nur, weil es eine indirekte Subvention für Vermieter ist, sondern auch, weil es in seiner Logik selbst auch noch viel zu gering ist. Die letzten Bundesregierungen haben darin versagt, das Thema Wohnen strukturell anzugehen und zu verbessern. Und wer sind die Leidtragenden? Es sind junge Menschen, die ihr Elternhaus verlassen wollen. Es sind arme Menschen. Und es sind Menschen, die hierhin geflüchtet oder migriert sind. Und alle drei Bevölkerungsgruppen, die sich zum Teil ja auch überschneiden, sind politisch irrelevant. Kaum etwas hilft präventiv besser gegen Extremismus als Bildung. Doch auch hier haben wir es mit einem seit Jahrzehnten anhaltenden Staatsversagen zu tun. Marode Schulgebäude, veraltetes Lernmaterial, schlechtes Schulessen und ein extremer Lehrkräftemangel sind nur einige Punkte, mit denen das kaputte Bildungssystem zu kämpfen hat. Doch statt sich beispielsweise mit der Frage zu befassen, warum nicht verbeamtete Lehrer über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, befassen sich die großen Formate des Öffentlich-Rechtlichen lieber zum x-ten Male mit dem Thema Flucht und Migration. Ich glaube, viele Journalistinnen sind einfach zu privilegiert und in ihrer gesellschaftlichen Position zu unreflektiert, um zu erkennen, wie groß und wichtig das Thema Bildung ist. Und dass das Bildungssystem einer der Schlüsselfaktoren für gelingende Integration ist. Und noch einmal, hier meine ich die Integration aller junger Menschen in die Gesellschaft und nicht nur jene, die hierher geflüchtet sind. Mit denen wird ja oft der Begriff Integration assoziiert. Dabei, wie gesagt, müssen alle Menschen früher oder später in die Gesellschaft integriert werden. Und auch hier sind wieder die Leidtragenden des Systems. Junge Menschen, arme Menschen und jene, die hierher migriert sind. In Krisenzeiten braucht es einen starken Sozialstaat, der verhindert, dass Menschen in Armut abrutschen und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Bei größeren Migrationsbewegungen braucht es einen Sozialstaat, der den Menschen hier hilft, anzukommen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Doch statt massiv in den Sozialstaat und die Wohlfahrtspflege zu investieren, wird diese zum wiederholten Male abgebaut. Arme Menschen, die Bürgergeld empfangen müssen, werden strukturell diskriminiert und sanktioniert, wenn sie keinen Job im Niedriglohnsektor annehmen wollen, der drei Stunden von ihrem Wohnort entfernt ist. Geflüchtete erhalten mancherorts schon eine Bezahlkarte und jene, die ausreisepflichtig sind, sollen zukünftig auch noch sowieso die geschwindengeringen Sozialleistungen gekürzt werden. In sozialen Dienstleistungen wird die Finanzierung gestrichen oder sie können aufgrund des Fachkräftemangels kaum noch vollzogen werden. Egal ob Kita, Jugendhilfe oder Pflege. Alle Bereiche des Sozialwesens laufen seit Jahren am Limit. In keinem Bereich ist die Burnoutquote so hoch wie im sozialen Bereich. Und die gesellschaftlichen Probleme, mit denen sich soziale Dienstleistungen und auch Sozialleistungen befassen sollen, werden dadurch nicht gelöst, sondern weiter bestärkt. Und jetzt frage ich euch, wie soll unter diesen Bedingungen Extremismus präventiv bekämpft werden? Gar nicht. Er wird befeuert. Und die Medien haben nichts Besseres zu tun, als unsere strukturellen Probleme zu verkennen und eine rassistische Realitätsverzerrung voranzutreiben. Wer ernsthaft etwas gegen Extremismus tun möchte, der muss die sozioökonomische Ungleichheit bekämpfen. Und die fängt beim Wohnen an, verschwindet im besten Falle über Bildung und wird durch funktionierende und gute soziale Dienstleistungen verringert. Doch das alles wird aktuell verkannt oder zerstört. Das waren meine Gedanken zu der aktuellen gesellschaftlichen Lage. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was eure Gedanken sind. Und ich hoffe, ich kann das Video hier drin lassen und es wird nicht in einem rechten Newsfeed gespült. Ein bisschen Sorge davor, aber wir werden es sehen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Peace.